Und bauen Sie sich da mal mit dazu, wenn Sie da schön auf dem Stuhl sitzen, dass man Sie damit sieht. Der nehme ich auf dem roten Vorbeinweg. Ja. Den haben wir. Können Sie ruhig alles liegen lassen. Ja, die sind schon ganz, die wollen alles schön umflächen. Ja, passt in den Lappen rein oder Sack oder was das ist und so. Das passt. Stecken Sie die mal da rein mit dem Kopf zuerst. Wollen Sie die mit stellen? Naja, ist vielleicht besser. Die steht ja auch ohne. Ja, die steht ohne. Probieren Sie mal. Kommt, macht mal den Ständer. Da habt ihr zwar ganz schön gehandelt, aber die Arbeit ist es wert, die da drin steckt. Ehrlich. Ach so, wenn die spricht, die wollen dann, ne? Spricht die auch? Natürlich. Nee, die hat... Was spricht denn die? Mama, Papa. Die spricht. Ja, das verstehen die Russen. Oder ist sie noch? Ja, mit. Also wenn, dann ist so eine kleine Schallplatte für den Ständer. Im Rücken. Aha, aha. So, mit den Westen. Wenn ich ihn stehe auf dem Kopf. Machen wir so. Aha, aha. Ja, jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.